Schönen guten Tag meine liebe Buenos Aires Gäste, dieses Mal stehen wir in Puerto Madero, das ist ja die Hafenstadt von Buenos Aires. Hinter mir ist der Kanal, der schöne braune Fluss vom Rio de la Plata, die berühmte weiße Frauenbrücke von Santiago Calatrava, auch das ehemalige Segelschulschiff, die Fragatte Sarmiento. Wir hören auch ein bisschen wie es donnert, nämlich vor uns ist das Regierungsgebäude und der berühmte Maiplatz, wo es immer mal eine Demonstration gibt, also richtig lebhaft hier. Derzeitig kommen wir ja von La Boca, wir haben den ersten Hafen gesehen von der Stadt Buenos Aires, das ist dieser berühmte bunte alte Hafen, wo die bunten Wellblechhäuser sind, das berühmte Fußballstadion von Boca Juniors und nach diesem Stopp hier in Puerto Madero werden wir natürlich weiter fortsetzen nach Norden Richtung Recoleta und Palermo. Also, meine lieben Gäste, wir haben viel zu sehen. Kommen Sie bitte mit mir.